es muss irgendwas mit dieser komischen kugel da zu tun haben ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play ukulele und man hört hier schon pfeifen und diesen pfeifen will ich mit euch gemeinsam in diesem part auf den grund den in diesem vermutlich etwas kürzeren part das wird doch jetzt aber hoffentlich nicht nur diese feder gewesen sein oder doch anscheinend schon okay alles klar gut damit wissen wir jetzt aber auch die federn pfeifen auch gut zu wissen eben auch nur wenn man sich in derselben umgebung befindet was ja in welt 2 nicht der fall war jetzt wollen wir uns mal diesem ganzen hier annehmen die frage ist jetzt nur wie kriegt man das hin also die dicken will ich nicht wecken konnte ich hier nicht irgendwie eine babbel machen doch ich glaube ich brauche die sogar ein bisschen hier abzulenken nee wer ist das ich hätte jetzt gesagt ich brauche dieses ding hier dann da drüben oder kann ich dich fetten hier drauf locken hallo ich bin hier komm ach du gehst drumherum ok alles klar meine güte gut dann mache ich dich halt platt ne aber er ist mal ernsthaft wie sollen das gehen ich komme da nie und nur so schnell ran es muss irgendwas mit dieser komischen kugel da zu tun haben da ist niemand leg dich wieder schlafen dickerle ja tust du mit den gefallen dickerle da ist niemand leg dich wieder schlafen dickerle tust du mit den gefallen ich bin so ernsthaft wie soll das gehen ich bin so ernsthaft wie soll das gehen ich bin so ernsthaft wie soll das gehen ja so bringt ja auch nichts Nee. Hä? Nee, das ist... Ich überlege gerade, was ich sonst noch so für Moves habe. Aber... Nö. Also doch. Wahrscheinlich schädigt mich das, wenn ich es normal berühre. Ja, macht es. Das ist sehr, sehr trickreich. Wahrscheinlich schädigt es ihm nicht. Also ich muss einfach aber aufpassen, dass es ihn nicht erwischt. Weil sonst wacht der Typ auf. Und jetzt geht mir wieder die Energie flöten. Kommt er eigentlich trotzdem neu? Nö. Alles klar. Ja. Diese... Okay. Ich ziehe das Spiel nicht in die Länge. Ich ziehe den Part nicht in die Länge. Das macht das Spiel schon ganz gut von alleine. Und ähm... Ja, ich... Wie gesagt, dieser Part hier wird etwas kürzer werden, weil ich ihn übermorgen brauche. Und morgen... Ich kann derzeit tagsüber nicht aufnehmen. Und da das Full HD ist, wird das ein Weichen zum Rendern brauchen bei meinem PC. Ähm... Ja. Für morgen habe ich zwar einen Part. Und für... Ja. Für... Übermorgen... Wäre dann eben Yooka-Lady dran. Aber die zwei Tage nach Yooka-Lady habe ich sogar auch wieder Parts. Das ist halt wirklich gerade nur Yooka-Lady. Und deswegen... Bevor gar nichts kommt, lieber ein etwas kürzerer Part, denke ich. Und wir haben ja sogar was erreicht dann. Wenn das jetzt schon klappt, wie ich es mir vorstelle. Und das tut es. Hervorragend. Dann haben wir ja sogar was erreicht. Also kann sich keiner beschweren, oder? Ich weiß noch nicht, wie lang oder 40 ich ihn halte. Aber ich will hier eigentlich nochmal reinschauen. Weil wir haben gerade mal 6 Minuten. Das kannst du ja keinem... Das kannst du ja keinem anbieten. Also zweistellig muss dann schon sein. Planetenradstation. What? Ach Gottchen. Ich will es mir jetzt aber nicht erzählen, dass das hier so ein... komisches... Parkour-Ding ist. Okay. Moment, Moment. Ich bin ganz falsch. Ach, man darf den Boden nicht berühren. Alles klar. Das ist also die größte Schwierigkeit dran. Man darf den Boden nicht berühren. Kann ich da dann einfach so durch, oder... schädigt mich das? Nee. Es schädigt mich nicht. Es ist also gar nicht fürs... fliegen gedacht, sondern... fürs schweben hier. Hä? Ja, wieso hat's mich das so runtergezogen? Das soll mich gar nicht runterziehen. Ja gut, hol mal wenigstens mal die Kisten... die... Federn hier, wenn wir schon mal hier unten sind, damit das Pfeife aufhört. Ach, das geht gar nicht. Okay, dann... mach ich euch mal lieber platt. Irgendjemand wird mir dann hoffentlich Energie da lassen und du bist es nicht. Und du musst auch weg und du auch. Keiner, der mir Energie da lassen will. Wirklich nicht. Boah, ihr seid doch doof, sonst lass dir einen Energie da. Ja, 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 Energie. Yeah, neue Energie. Sozusagen. So... Zack. Sehr theoretisch. Also wir haben jetzt 8 Minuten. Da lohnt es sich wahrscheinlich gar nicht mehr, mehr als noch einen weiteren Versuch. Und ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall aber mal die Sammeldinger hier mit. Und dann braucht man sich um die nicht mehr kümmern. Und irgendwas pfeift hier immer noch. Vielleicht ist Paige, ich weiß es nicht. Okay, die Grünen scheinen mich, glaube ich, tatsächlich runterzuziehen. Und dann... Bam. Ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Energie tanken. runter mit mir. Zack. was zum stimmt ja das zieht der kack mister zieht ja oh gott ich wollte eigentlich noch gar nicht durch egal machen wir so das sieht mich hoch und da gehen wir jetzt so rüber es ist also doch auch für fliegen gedacht bei fliegen zieht es mich nicht so komisch ekelhaft gut hier trägt sich jetzt ein bisschen extrem ich gebe es zu aber wenn mich das spiel verarschen will dann folge ich das spiel auch dass das nehme ich mir einfach mal raus ok tic 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 und ich denke die zeit wird einigermaßen gnädig sein wobei ich jetzt wirklich gern mal durch den ring hier durchkommen würde irgendwie ok nur noch drei ringe ich lasse lieber kurz die energie kommen und dann ähm ich riskiere es jetzt weil der versuch ist gar nicht schlecht sollte reichen das ist nicht ich ich habe hier einen vergessen dich komm komm her komm her die lassen sich aber auch rechtlich gescheit drehen ja jetzt kommt ich habe doch ich war doch einfach deutlich durch naja gut aber ich würde sagen dann versuchen wir das im nächsten part auf den fall mal und da werden wir es vermutlich dann auch schaffen in der nächsten zeit haben wir ja dann genug über einen kommentar oder eine bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen und wenn wir uns auch beim nächsten mal wieder sehen wenn es wieder heißt let's play ukulele und ich hoffe er hatte trotzdem spaß an diesem part wieso habe ich mir granatendünger kann ich damit die ziehdinger wegbomben oder was keine ahnung wie dem auch sei ah hier ist ja noch eine feder wie dem auch sei äh ist aber wirklich macht's gut tschau tschau